herzlichen Glückwunsch und mit diesen Wörtern herzlichen Glückwunsch was laber ich hier schon wieder herzlich willkommen euch Freunde zurück zu Animal Crossing heute ist der große Tag Frank ist weg und Melinda hat eine eigenartige was wollte ich jetzt sagen Stimmung genau mir fällt nichts Erwillenswertes ein es ist erst Dienstag teilt euch eure Kräfte ein nicht über anstrengen und das war's und das war und das war es von mir danke danke Melinda für diese aufbauenden Worte ja ja wie gesagt Frank ist weg hoffe ich wir gucken gleich mal aber erst mal Briefkasten Misuzu oh gut ich habe geträumt ich hätte dir eine Karte geschrieben als ich erwachte konnte ich mich des Inhalts aber nicht entsinnen dennoch wollte ich den Traum nun Wirklichkeit werden lassen gesagt getan Misuzu äh sehr schön danke Misuzu äh genau Frank ist weg wir haben jetzt Platz und zwar unten links genau super das heißt wir werden nicht dumm herumreden wir werden jetzt Bewohner handen ich habe hier mal eine Liste ich werde nicht sagen wen ich suche ähm ja wir werden die 37 machen vielleicht auch 40 weil ich habe ja noch paar Meilen habe ich ja noch ne aber erstmal möchte ich jetzt alles weg machen wir werden da jeden einzelnen Stein da ausgraben wegen Golderzen und ich brauche wahrscheinlich auch neue Sachen zum Beispiel den Sprungstab müsste ich mitnehmen die Leiter auch weil vielleicht komme ich ja nicht nicht überall hoch aber die Leiter haben wir sowieso immer mit stimmt 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 dann kaufe ich mir auf jeden Fall noch ähm noch eine Schaufel sicherheitshalber so was habe ich gesagt was ich brauche ich habe schon wieder acht den Sprungstab genau genau und dann brauchen wir die Meilen Tickets die sind ja 10 20 30 und 37 das hier war Aziza und das hier waren die Schneiderei genau gut dann kaufen wir uns noch eben zwei Schaufeln vielleicht und dann holen wir uns noch mal drei dieser Tickets ich bin schon gespannt die Aufnahme die wird sicherlich weiß ich nicht vielleicht drei Stunden dauern ich bin gespannt ich ich sollte mal askfm öffnen ja oder irgendwie was anderes warte kreative Fragen ok super jetzt habe ich jetzt 270 Fragen cool oder finde ich auch super ok Nuxlan äh oh was ist das denn ach ein Bus eine Dose aber die sieht cool aus die kaufe ich mir später vielleicht vielleicht auch nicht äh ich wollte eine Schaufel kaufen eine Schaufel bitte äh hier ah zwei ich kaufe mir zwei stimmt zwei Stück wollte ich kaufen aber erstmal öffne ich glaube ich askfm ich glaube das sind bessere Fragen äh wo ist es denn jetzt für noch eine Schaufel danke ja ich find askfm nicht mehr oh das nervig wirklich oder war da grad askfm ne ach ich will das so nicht da wieder eintippen ok ich muss glaube ich genauer hinschauen ok wir laufen jetzt erstmal zum Dings die Bums so hier ist die App schon mal nicht ja ja lass mich mal weitergehen äh du 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 nein 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 ok da ist sie auch nicht als ob ich die Rewe App hab lell oh Rüdiger verschwinde 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 Kame 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 ha ha ok er ist jetzt schon sauer sehr schön ist Rainer da ne ok super 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 äh hier war es nicht stimmt oder die Quiz App TVNow TK hier ist sie auch nicht ok 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 ich hab's gleich Leute ich hab's gleich ne würdest du lieber die App hätte ich auch Hä, hier ist es auch nicht Muss sie ja da sein irgendwo Ach ne, das ist die Bus-App Ne Ah, da, ich hab's gefunden Ich hab's gefunden Ich möchte fliegen Ja Meilen-Ticket Genau Genau, genau, genau Äh, du-du-du-du Ist das hier, achtest du das Jaja, komm, flieg doch jetzt los hier Jaja, ich bin bereit Auf geht's, bitte Auf geht's Mach ich später, danke So Ich scroll mal ein bisschen runter Okay Ich hätte hier schon die erste Frage Die komisch ist Bist du eine Ingwerwurzel Ich muss sagen, ich hab noch nie Ingwer gegessen Deswegen würde ich es einfach mal behaupten Nein Nein, 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 nein Äh, du-du-du-du Bist du Gronkh Ja, natürlich Hallo, hallo Puppelchen Oh, das ist eine schöne Insel Uh Mann, die Insel ist schon schön Schon schniki 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 Piki Ist das da? Äh, die wollen wir glaube ich nicht haben Ist da hinten ein? Ne, ist nicht Okay, dann gehen wir mal hier hoch Um den Stein da zu Zu verkloppen Yeah Ach, ich freu mich so Die erst Das erste Mal irgendeinen Bewohner Hunten Die man haben will Das ist schon cool Das Unkraut Wollte ich jetzt aber nicht haben Ne Uh Wenn du deine Augenfarbe aussuchen könntest Welche wäre es? Ähm Ich weiß Die Augenfarbe gibt es glaube ich gar nicht Aber so Hell Ne, so dunkellila Fände ich schon ganz schön Cool Wirklich So dunkellila Ich meine ich habe aktuell Äh, blau Steht zumindest in meinem Perso Es ist aber mehr grünlastig Als blaulastig Tatsächlich Ähm Ja Ne, also dunkellila wäre schon Ganz schön cool Wohl weiß finde ich auch richtig cool Dann wäre man so eine Art Hyuga Aus dem Hyuga-Clan 64 Hände Genau Und Leute Rote Augen finde ich nicht so toll Äh Ein Junge in der Schule Hatte mal Kontaktlinsen Einen Tag an So richtig rote Richtig Plastik Ja Sah richtig scheiße aus Ich habe mich Zum Tode erschreckt Ey Ich konnte dem Jungen Einen Tag lang Echt nicht mehr in die Augen schauen Aber am nächsten Tag Hatte er die nicht mehr Ich glaube ich hätte ihn nie wieder Mehr in den Augen geschaut Hätte er die ganze Zeit Dringelassen Das war richtig 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 Strange Ey Fand ich richtig Ängst Also da war ich Hatte ich wirklich Angst So mein Leben Oh mein Gott Der Teufel Dachte ich da nur Ja Welches Schnittprogramm benutzt du Wie ihr vielleicht merkt Schneide ich sehr sehr viel An den Videos Das liegt daran Ja Schneiden Keine Ahnung Also ich habe noch kein gutes Schneideprogramm gefunden Ich hatte mal eins Aber da Hat es dann irgendwie Übergänge gemacht Die ich nicht haben wollte Und dann habe ich es Komplett aufgegeben Sollte ich vielleicht mal wieder anfangen Ja 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 Ihr habt recht Aber Vielleicht erst Ende des Jahres Weil ich dann vielleicht Einen besseren PC habe Endlich Ja Endlich Ja 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 Okay Danke danke Weil momentan verdiene ich nichts Mit dem Studium Ich könnte natürlich nebenarbeiten Aber es Ist jetzt Während Corona Eher Eher schwierig Würde ich sagen Gibt es ja eigentlich auch Rezepte Am Strand Ne ne Ich meine nicht Aber wir haben hier Meilen Ah ich wollte Meilen Ah Habe ich vergessen Leute Es tut mir leid Es tut mir leid Dann sparen wir uns die auf Fürs nächste Mal ne Dann benutzen wir jetzt 37 Meintickets Erster Bewohner war schon mal Ein Reinfall Herr Dodo Herr Udo Meinte ich natürlich Ja Ich werde Zurückfliegen Danke Movie Maker Hatte ich benutzt glaube ich Kennst du die Stadt Break Brake B-R-A-K-E Äh Ich glaube nicht Wenn die was von gehört Mit wie vielen Jahren Durftest du Shooter spielen Boah Durfte Durfte schwer Also Also mit meinem jungen Alter War ich überhaupt nicht interessiert An so Geballerspiele Da war ich eher abgeneigt Von Deswegen würde ich eigentlich sagen Ich glaube meine Mutter Hatte ja nichts dagegen Also ich weiß nicht Ob die was dagegen Hätte aber Ich hab Habe ich irgendwie Früher ein Ballerspiel Gespielt Ich überlege gerade Mh Ja Meine Lieblingsspiele Waren halt wie Und Ähm Ne Äh Ja Anime Games Waren halt ganz gut Aber Das sind ja alle Keine Ballerspiele Weißt du Ich überlege gerade Mein erstes Ballerspiel Erstes Ballerspiel Boah Das ist echt schwer Das ist wirklich schwer Also ich weiß Irgendwie so Ich weiß nicht Es war so Es war so Keine Ahnung So ein Ballerspiel Für den DS Ich weiß nicht wie es heißt Aber Es war nicht so wirklich Ein Ballerspiel Also Weiß nicht Da war 1 gegen 1 halt immer Und kann man das Als Ballerspiel Betiteln Das weiß ich nicht Ich glaube eher nicht Ähm Aber Ich weiß nicht Also ich hab irgendwann mal CSGO Gespielt Für 6 Stunden Vielleicht mit Leon Aber Ich bin so schlecht in dem Spiel Vor allem im Gegner abschießen Also im Team mit Liedern abschießen Das konnte ich ganz gut Weil wenn ich mich erschrecke Ja Dann war der meistens auch tot Das waren Das sind einfach meine Reaktionen Peng Weg Ups Du warst ja einer von uns Ja so ging es mir halt Die meiste Zeit Während CS Dings Die Bums Oh der scheint auch kein Bewohner für uns zu sein Leider Schade Oder Oh 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 Warte Ich muss gleich mal gucken Ob ich den doch dabei hab Weil irgendeinen Elch haben wir glaube ich Ein Rentier haben wir dabei Patima ist es nämlich glaube ich nicht Ich wollte nämlich glaube ich einen irgendwie mit dem Geweih haben Müssen gleich mal gucken wie der heißt Der Junge Der Junge Oh Da ist die erste Schaufel schon weg 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 Äh Also Ballerspiel wirklich CSGO glaube ich Davor kann ich mich nicht dran erinnern Dass ich irgendwann mal Jemals Ein Ballerspiel gespielt hab Und CSGO vielleicht mit 18 oder 19 Jahren erst Ne Ich glaub sogar 21 20 Ich glaub das waren so Das war glaube ich mein erstes Mal CSGO So mit 20 Ja Leute Heftig oder Weiß nicht Also früher bin ich Weiß ich nicht Also Pokémon war halt für mich Viel viel wichtiger als irgendwelche komischen Ballerspiele Ah Fortnite Fortnite könnte man vielleicht auch noch mitzählen Tatsächlich Dann tatsächlich etwas eher Aber Fortnite hab ich nicht aktiv gespielt Also hab ich vielleicht Wenn's hochkommt 20 Runden gespielt Ist nicht so viel Wie heißt du Moipheus ne Ne Benjamin Benjamin hab ich nicht auf meiner Liste Ne ne Sorry Benjamin Du siehst schon cool aus Aber Ne 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 Lass mich in Ruhe Ja Also Ballerspiele ist eher schwer bei mir Wirklich 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 Ich überlege immer noch Aber ich glaube Da kommt wirklich nichts dran Da ist die Schaufel Da ist die Schaufel Also ihr könnt leider kein Argument bringen Ja Aber der Der spielt Ballerspiele Ja sorry Ich aber nicht Sorry 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 Darf ich dein Freund sein Oh Schreib ne Bewerbung Ja Achso Ich hab einfach indirekt meine Frage beantwortet Stimmt das Dass du dich noch nie gewaschen hast Ja das stimmt Habt ihr was dagegen Könnt ihr mich riechen Ja Oh Und dann tut es mir leid Oh dann sollte ich vielleicht mal morgen Duschen gehen Okay Dann mach ich das morgen Ja Alles klar Ne Sehr schön Ey ich hab Gossip Girl heute durchgeschaut Ey heute Gestern Und Sanctuary Hab ich die letzte Folge auch noch gesehen Yo Also Gossip Girl hab ich nur Staffel 2 durchgesehen Also fertig gesehen Ne Also nicht dass sie jetzt hier irgendwie was Ne Bist du nicht mittlerweile 19 Ähm N E I N Aber mein Alter Bleibt geheim Was für eine Fenstergröße nimmst du mein Kopf Also mein Kopf ist ja schon sehr sehr lange her Wenn dann voll wird Weil sonst Sonst ist das Bild nicht so groß Hab ich das Gefühl Ja komm lass mich mal hier weiter Mein Ticket danke Ich sehe ja keine Angst herbreiten Aber du läufst frei rum Ah Achso Frei rum Ja Ich laufe immer nackig durch die Bude herum Ist mir auch völlig egal ob mich Nachbarn sehen Ich hab damit überhaupt kein Problem Ja Also draußen auf der Straße Würde ich Für Geld Schon Da nackt herumlaufen Das wäre mir sowas von egal Ich könnte auch so Aber ich hab glaub ich momentan eher Angst Dass die Polizei mich dann abführen würde Oder so Weißt du Deswegen lass ich's doch Lieber Bist du links oder rechts Händisch beides Beides Oh Bananenboot Oh Bananenboot Warte Das kann nicht sein Oder Ist das Pinguie Pingie Wenn das Pingie ist Dann hätten wir unseren ersten Bewohner Leute Nee Das ist Sonja Sonja hab ich glaub ich nicht auf meiner Liste Nee Sorry Sonja Du bist trotzdem sehr sehr cool Tatsächlich Wirklich Hätte ich fast mitgenommen Aber ich dachte du wärst Pingu Aber du bist nicht Pingu Du bist nur ein Fake Pingu Ja Oh Gott Pff Erstmal weinen hier Was ist dein Lieblings YouTuber im deutschen Raum Äh Ich glaub die Frage habe ich schon öfters beantwortet Auf jeden Fall Zombey Maudado Aktuell auch wieder Pete Smith Die waren eine Zeit lang aber komplett wieder weg von mir Weil Keine Ahnung Ich mochte da Damals ihre Videos nicht so sehr Ich mag auch nicht jeden von denen Sehr Aber vier von fünf mag ich dann Also Ich würde mal sagen Drei mag ich super gern von denen Und Einen Ja Ist halt da Und der andere Der nervt mich immer nur Aber es ist geheim Äh Sonst Lieblings YouTuber Maudado Zombey GLP Äh Weibliche Kanäle Waren Waren eigentlich früher Kelly Aber Kelly Ist nicht mehr so Irgendwie Die macht nur noch Komisches Zeugs Weiß ich nicht Die macht nicht mal so coole Sachen wie früher Ähm Ja Ich glaube das war es tatsächlich oder Ich überlege gerade noch aber ich glaube Sonst schaue ich aktuell eigentlich keinen mehr Traurig oder Früher habe ich viel viel mehr geschaut Aber es lag glaube ich auch an deren Content Früher Heute ist dann nicht mehr ganz so Premium Finde ich Leider 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 A paar Looten Paar Looten vielleicht noch Aber bei Paar Looten schaue ich mir halt wirklich nur Videos an Wenn Da Zombey Maudado Oder GLP Dabei sind Sonst eher nicht Weil die Projekte die interessieren mich auch irgendwie nicht die er da macht Keine Ahnung Aber sonst würde ich den auch noch mit Zählen lassen Achja stimmt Pinguie Pinguie Komme ich hier rüber? Ne Okay Dann den Sprungstab Hab Super gemacht Dann haben wir auch noch einen Stein Äh Achso Englischsprachiger Raum Keine Ahnung Ich schaue manchmal dieses FPI React Ding da an Finde ich manchmal interessant Aber nur die Videos die mich auch wirklich interessieren Zum Beispiel wenn sie Keine Ahnung Auf Demi Lovato Reacten oder so Auf Songs Allgemein Ja Sonst Bin ich aber im Englischsprachigen nicht wirklich dabei Ne Ne Los geht's Wen aus deinem Freundeskreis findest du am attraktivsten Würde ich das jetzt sagen Dann hätte ich Angst dass das meine Freunde sehen würden Deswegen sage ich Emma Watson Und dann natürlich mich weißt du Man muss sich ja immer selbst erst lieben Wie alt bist du ist geheim Ne wie gesagt Willst du einen Schneemann bauen und Fahrrad fahren hier im Saal Ähm Willst du einen Schneemann bauen Und Fahrrad fahren hier im Saal Ist das echter Text Also es wird passen aber Ist das echter Text Keine Ahnung Auf geht's Leute Auf geht's Ähm Zeig uns mal ein Bild von deinen neuen Haaren Meinen neuen Haaren Oh Gott das ist ja schon Ein paar Jahre her Alter Also neue Haare habe ich momentan nicht Aber okay Wie hast du Silvester gefeiert Ähm Silvester ist ein Ding Ja Das feiere ich leider nicht Es tut mir leid Leute Ich kann es auch nicht unterstützen Ja Wenn irgendwie Schießpulver Ja Unser Ozonlicht Äh Ozonlicht Ozonloch hier vergrößert Ja Wie dumm kann die Menschheit nur sein Ja Man kann dieses Fest auch einfach ignorieren Ja Und vielleicht eine Lasershow stattdessen machen Wie es manche Länder gemacht haben Ich komme gerade nicht auf das Land Was es gemacht hat Aber es gab auf jeden Fall Länder Die es gemacht haben Und Ja Ne Also Ich weiß nicht ne Wieso das nicht auch Deutschland macht Ich würde Raketen verbieten lassen Ist mir völlig egal Ob da Arbeitslose hinkommen Es geht um unsere Zukunft Ja Und unsere Zukunft ist glaube ich Etwas wichtiger als Arbeit Würde ich sagen Ja Weil ich will ja nicht verantwortlich sein Dafür dass die Menschheit stirbt Ja Weil da irgendwelche Trotte Raketen herstellen Das ist meine Meinung Ja Ihr könnt das auch gerne kritisieren Habe ich nichts dagegen Aber es ist Meinungsfreiheit Leute Ja Meinungsfreiheit Was war als Kind Dein absoluter Traumberuf Also wenn du einen hattest Und was ist jetzt neben YouTube Dein Traumberuf Also hauptberuflich YouTube würde ich nicht sagen Ne Ich mach das ja eigentlich Wirklich nur zum Schmaß Ja Ähm Und Da ich eh generell Viel viel zocke Dachte ich mir Komm Kann ich das auch einfach aufnehmen Ne Vielleicht unterhält es ja Den einen oder anderen Ähm Ich studiere ja zur Zeit Was ich studiere Hat Relativ wenig mit Medien zu tun Ich hab schon einen klaren Beruf Vor Auge Vorm Auge Vor dem Auge Vorm Auge Whatever Ähm Ja Was das wird Sag ich euch nicht Aber mein Traumberuf als Kind War Detektiv Oder ähm Leichen sezieren Oh ich Pathaloge Irgendwie sowas Hier bei Navy CRS War dann immer dieser Leichentyp Der Ducky ey So was halt So was fände ich schon ganz cool Eigentlich Ja Aber ich fand das echt cool Wie er die Leichen seziert hat Und so Schon cool Dematologe Oder sowas Ich vergesse den Namen leider immer Das ist mein größtes Problem Bei dem Beruf Deswegen wurde es dann auch Irgendwann nicht mehr Und nicht wegen den Noten Leute Ne 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 Aber ich hab mich auch gar nicht erkundigt Welche Noten man dafür brauchte Einte hatte ich gute Ich hatte glaube ich nur Eine 4 Und das war in Politik Und Rest 1 und 2 Und da konnte ich mich echt Gar nicht beschweren Außer bei Politik Hatte in der Arbeit ne 3 minus geschrieben Ja Und da meinte er mündlich 5 Da dachte ich mir so Was Jetzt krieg ich ne 4 Das ist ein trauriges Leben Leute Ja 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 Okay hier ist nichts mehr Dann können wir hier auch Weg gehen Ach Sprungstab bringt hier nichts Ähm Genau Der Direktiv auf jeden Fall Meeresbiologe wollte ich ne Zeit lang werden Weil ich die Meereswelt so Abgöttisch liebe Tue ich immer noch Aber das wird's auch nicht werden Das wird's auch nicht werden Kennst du das Wenn dein Schwarm Dich ignoriert Ich überlege gerade Ob ich einen Schwarm In der Schulzeit hatte Auf jeden Fall Und mit dem Schwarm Habe ich dann auch Herungen geknutscht Das heißt Den Schwarm Kann ich schon mal nicht nehmen So Dann Muss ich überlegen Abi Gab's da einen Schwarm Ja Ja Ich glaube schon Aber mit denen habe ich nicht geknutscht Die haben mich Also ich weiß nicht Die eine Die war halt immer lustig drauf Die andere auch Oh Gott Jetzt habe ich schon gesagt Dass es zwei Leute waren Ja Ja Einer hatte echt süße Sommersprossen Ey Wirklich Wow Wären richtig süß Oh Ach Hm Erkenne ich Leider Baum oder Stein Äh Stein Ich glaube Stein ist ein Kälter Herzball Deswegen habe ich Stein genommen Gibt es feste Zeiten Wo du deine Videos Hochlädst Ja Jetzt sieht man auch 15 Uhr oder Ja Mann 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 Mit welchem Tier Fühlst du dich geistig verbunden Mit dem Fuchs Oder dem Wolf Das ist so mein Tier Leute 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 So wen haben wir hier Oh Bianca ist das glaube ich Ne 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 Bianca ist das nicht Elfie Ich glaube Elfie ist sie Die möchte ich aber auch nicht haben Ich brauche Golderze Leute Ich brauche Golderze Oh Da Oh man Wollte keine Blume mitschleppen Ich habe schon wieder so viel Müll hier Pflanzen So Jetzt aber Jetzt aber Super Kann ich ja hier weiter gucken Wie viel Geld hast du? Ähm Ich habe 32.810 Genau Ein Golderz gibt es glaube ich hier pro Insel Deswegen Kann ich hier direkt wieder verschwinden Wenn das nicht stimmt Ja dann klärt mich auf Dann Vielleicht ignoriere ich Ignoriere ich es auch Fürs nächste Mal Ich habe nämlich keine Lust Eigentlich die ganze Zeit Auf diese scheiß Berge Da zu Klettern Ey Mann 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 Was Bist du gut in Mathe Okay Klasse 1 bis 4 war ich sehr gut in Mathe Klasse 5 bis Klasse 5 bis 9 war ich gut in Mathe Dann Kam Irgendwas Da habe ich dann eine 6 geschrieben Meine allererste 6 In Mathe Und das war in einer 10. Klasse Sehr toll Leute Sehr toll Ähm Und dann Abi Ging es dann wieder berghoch Auf eine 2 Ähm Ja Ich weiß noch den ersten Tag Da wurde ich richtig fertig gemacht Vom Lehrer Oh guten Tag Äh Was rechnen sie da Ich merke schon Sie sind Hauptschüler Da habe ich gedacht Was Hallo Was 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 ist der Typ von mir Der hat mich fertig gemacht Hallo Hallo Das ist einfach richtig gemein Ey Alter Schwede Ja Und Gib mir dann trotzdem Noch eine 2 Ne Und Abschlussprüfung Auch eine 2 Plus geschrieben Leute Ja Ich hatte nur Nur wenige Fehler Ich glaube 2 Textaufgaben Habe ich verkackt Aber ist egal Wenige Fehler Leute Wenige Fehler Oh Bambusinsel Bambusinsel ist natürlich Sehr sehr cool Aber Oh Keine Sprosse Ach ne Oh Gott Was ist das denn da für eine Maus Bruder Da muss ich aber ganz ganz schnell los Ich musste kurz die Frage da lesen Aber die Frage ist irgendwie komisch Wenn du Unsterblichkeit erlangen solltest Würdest du die behalten wollen Ich würde glaube ich sagen Auf jeden Fall ja Ich habe mir die Frage schon sehr sehr oft gestellt Und ich habe sie jedes Mal mit klarem ja beantwortet Weil ich will einfach ewig leben Es ist mir egal wie viele sterben um mich herum Ähm Ich bin eh ganz ganz schlecht in Gefühle zeigen und sowas Äh was sterben und sowas Heißt Zum Beispiel als meine Oma gestorben ist Ich wusste nicht welches Gesicht ich machen sollte Weil Ich war irgendwie nicht traurig Also ich Kenne das Gefühl Traurigkeit nicht Das ist Ein sehr sehr Also ich Ja Ich ziehe schon viele Parallelen Zu Äh Zu Sai Aus Äh Naruto Der hat nämlich auch keine Gefühle Also der kann sie nicht wiedergeben Ich kann sie auch nicht Ich kann sie echt sehr sehr schlecht wiedergeben Mir ist Eigentlich gefühlt alles total egal Ähm Ja ist komisch Leute Deswegen habe ich schon ein bisschen Angst Falls mal irgendwann ein Elternteil Sterben sollte Und ich dann nicht weinen würde Das ist echt Das ist auch eine sehr sehr große Angst Deswegen wünsche ich mir einfach Dass die gar nicht sterben Äh Dann wird mir das niemals passieren Aber aktuell würde ich sagen Unsterblichkeit finde ich schon mega geil Weil Du könntest dann Dich so hoch sparen Dass du wirklich komplett reich bist Weißte Das finde ich schon richtig geil Richtig geil Ja Ja ich würde Unsterblichkeit sofort nehmen Und alles dafür tun Äh Du 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 wohnst du noch bei deinen eltern nein wohne ich nicht ich wohne in düsseldorf leute in düsseldorf meine eltern wohnen etwas weiter weg ich wollte gerade überlegen ob ich die region sage aber dann habe ich gedacht nee komm nee 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 ich werde hier niemanden ärger bereiten als was arbeitest du ich bin student hast du eine freundin privatsache welchen pc hast du einen laptop der elf jahre alt ist cool und einen monitor vom bank bank oder so irgendwie sowas jetzt warst du mit youtube an wie alt warst du als du mit youtube angefangen hast ich glaube 18 ich würde 18 sagen ich bin mir aber nicht sicher willst du wieder öfter fragen beantworten ja natürlich ihr könnt auch gerne unter jedem video fragen drunter schreiben ich werde mir durchlesen und dann beantworten meistens dann direkt schon unter dem video aber sonst ne du komm mach mal hier hin man kann man das nicht automatisch hier machen man 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 warum bist du auf youtube weil ich sehr sehr viel freizeit aktuell habe und weil es mir spaß macht nur wieder was ist denn so in deinem pc denn ich habe kein pc deswegen kann ich das nicht beantworten sorry was soll dein skin darstellen ja keine ahnung eine person eigentlich sollte das auf meinen schultern seetangblätter werden aber mein designer aka leon hat es leider verkackt und hat dann regenbogen rausgemacht da dachte ich mir nur scheiße was das denn jetzt für eine scheiße hier naja so ist das leben so ist das leben leute so ist das leben und koala oh man 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 kann sich ja auch nichts aussuchen ne welcher sportler ist dein größtes sport idol ich folge ja so vielen sportlern auf instagram ich glaube einen einzigen das wäre timo werner heißt er so ich glaube schon ne aber sonst folge ich tatsächlich überhaupt keinen sportler sorry leute ich folge nur dem und das nur weil ein kumpel mal mein handy hatte und dann gesagt hat oh dem musst du folgen ok dann habe ich gedacht ok dann mache ich das halt auch ja sonst interessiert mich eigentlich gar nicht so wirklich was mit sport zu tun hat ist die schmerzende wahrheit besser als eine lüge hm kommt darauf an was also ne wenn dich jemand fragt wie es geht wie geht es dir und du willst nicht antworten dann sagst halt mir geht es gut so und jetzt verpies dich ne das würde ich zum beispiel sagen genau ach man bis jetzt hat mir noch keinen guten bewohner den ich� haben wollte mhm 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 das war schon okay sorry du bist cool woher hast du animal crossing gekauft gibt es für den nintendo switch danke tschüss alles klar alles klar so hier schnell runter haben wir gold als bekommen wir haben erst zwei stück bisschen wenig dafür dass wir schon hier auf gefühlt 100 inseln waren wie viele tickets haben wir noch 30 also sieben haben wir schon mal hier verbraucht okay und ich würde sagen wir haben von den sieben vielleicht einen coolen bewohner bis jetzt gab und das war keine ahnung mehr wer könntest du nicht mal ein community ts aufmachen keine ahnung machte youtube immer noch so viel spaß wie am anfang am anfang hatte ich viel viel spaß ne vor allem mit richtig vielen leuten und als ich noch mod beise welches war und so das war schon eine coole zeit aber dann kam irgendwann so der zeitpunkt wo ich gesagt habe momentan habe ich keinen spaß mehr dann mache ich auch nichts jetzt zwischendurch immer mal wieder den timolia adventskalender gemacht weil der macht mir auch spaß macht mir wirklich spaß und aber dann kommt dann auch wieder so nach fünf videos ich habe jetzt leider keinen spaß mehr und dann höre ich auch auf zurzeit habe ich aktuell richtig viel spaß hier mit animal crossing wie man merkt das spiel ist richtig cool es macht mir wirklich mega spaß auch das aufzunehmen deswegen mache ich das hier zurzeit noch ne und ich kann euch sagen ne hier macht youtube aktuell sehr sehr viel spaß wenn du mehr geld hättest als jemals brauchen wir es würdest du es hergeben brauchen ist immer so eine sache oh gott wie sieht der denn aus wir brauchen ist immer so eine sache ne weil eigentlich braucht man ja eigentlich nur essen und zu trinken das heißt ich hätte dann noch richtig viel geld das heißt keine switch oder sowas ne deswegen würde ich eher sagen also ich gehe schon also wenn ich jemanden sehe auf der straße dann gehe ich auch meistens hin und äh gibt dem geld oder ich kaufe was beim bäcker weil ich finde ich glaube ich weiß ich nicht also gefühlt ja vielleicht ist das auch eine beleidigung dass man sagt komm ich geh zum bäcker und hol dir was was hältst du denn ja gerne ähm vielleicht ist das für die eine beleidigung dass dann und die denken dann dass du meinst dass sie nicht mit geld umgehen können vielleicht denken die das dann naaa meistens fühle ich aber tatsächlich brötchen oder sowas milchbrötchen manchmal schokobötchen wenn ich einen guten tag habe sonst nur milchbrötchen weil die können sie glaube ich besser essen und da brauchen sie nicht so viel trinken wie beim normalen brötchen genau bist du echt ich glaube schon wie lange machst du schon erst keine ahnung also was würdest du niemals online posten weiß ich nicht leute weiß ich nicht kann ich nicht behaupten kann ich nicht sagen vielleicht vom fremden egal keine ahnung keine ahnung was was befindet sich im zentrum der erde oh nein falsch geknopft äh gewählt ähm im zentrum der erde befindet sich unser erdkern so wird das zumindest gemunkelt ob da wirklich einer ist das kann uns glaube ich niemand sagen wer war der wichtigste mensch in deinem leben äh früher war es amy auf jeden fall sonst würde ich sagen ich weil ich bin ja der könig wisst ihr ne ja danke danke nehmt die frage nichts nimmt die antwort bitte nicht so ernst ja äh äh privat bist du also bist du auf spotify unterwegs wenn ja wie heißt du da bin ich ja aber nur privat möchte gut da danke du 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 . oh Gott, oh Gott Leute es geht hier schon wieder los ne wen Johns haben wir diesmal besseren und一次 ein hamster auch da drehe ich doch direkt um da drehe ich doch direkt um musik für videos nutze ich tatsächlich gerade in dem kursing ja du wohnst in hamburg ne wohne ich nicht düsseldorf hallo mann 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 hier kommen ganz schön viele fragen wann kommen wieder videos und so weil ich habe habe ja echt eine sehr sehr lange zeit eine pause gehabt ich glaube zwei jahre war das zwei jahre also wo dann wirklich aktiv wieder videos kommen ich mache jetzt wieder seit fast zwei monaten aktiv videos finde ich richtig cool dass ich das hier durchziehe dass ich echt noch spaß habe mann 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 ja 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 auf geht's ich liebe dich richtig hart das ist schön das ist schön ne meld dich aber nur wenn du über 18 ist danke welches aufnahmeprogramm nutzt du obs studio ich glaube schon du 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 was ist dein lieblings modpack aktuell ist da dieses harry potter rpg daraus da spiele ich auch privat sehr gerne aufnahme wird nicht zustande kommen weil mein konflikt zu sehr auf meinem laptop wenn ich aufnehme deswegen lasse ich das ach man wieder ein vogel ne vogel den brauche ich auch nicht ich habe echt nur pech ne also ich muss glaube ich früher oder später auf ebay die bewohner kaufen das ist ja schlimm ist ja schlimm hier man 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 ich liebe dich oh schön ich liebe euch auch aber nur wenn ihr 18 seid ne wie viele abonnenten hast du 175 glaube ich aktuell 175 aber würde ich das hier wegen abonnenten machen ja ja dann wäre ich glaube ich schon komplett weg gegangen von youtube von youtube oh dankeschön dass du da weg gegangen bist dann kann ich hier nämlich die löcher graben nervt dich die frage wie viele abonnenten du hast also nerven ist jetzt oh alter Kai man ey ich hasse dich ne eigentlich nicht aber wenn man die frage hatte kann man sich auch eigentlich ganz einfach beantworten wenn man einfach auf mein profil geht und da steht da dann dass ich 175 abonnenten habe oder so ähnlich ne also man 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 was hast du für eine maus oh ich wollte mir jetzt letztens fast eine neue kaufen weil ich konnte nicht mal doppelt klicken in dead by daylight äh ich habe die razer naga cone ah da hier steht es von rocket cone pure ähm n12 642 ich glaube die habe ich mir vor ungefähr zehn jahren vielleicht gekauft waren das zehn jahre vielleicht neun jahre auf jeden fall hält die noch hält die die hält echt sehr sehr gut wirklich das war damals als ähm als jeder diese rocket mouse hatte die habe ich und ich habe die immer noch ich finde die super welches geräusch nervt dich am meisten schaue wieso gehe ich hier raus weiß ich nicht gehen wieder rein äh oh das ist schwer welches geräusch nervt dich am meisten äh 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 ich kann es ich glaube schreiende kinder schreiende kinder glaube ich baby geschreie nicht aber so wenn draußen kinder spielen spielen und dann da herum schreien ich glaube das nervt mich am meisten zur zeit zumindest ich muss dann nämlich immer mein fenster zu machen weil die mich nerven beim serie anschauen oder so was ist dein lieblingsvideo ever oh 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 von ever boah video wüsst ich echt nicht wüsste ich jetzt wirklich nicht tut mir leid kennst du tam und das erdbeermarmeladenbrot mit honig Ja, kenne ich, aber für mich affig. Affige Serie, die ich nicht schauen muss. So, oh, wir haben die Sterneinsel. Dann ist hier doch bestimmt irgendein guter Bewohner, oder? Oh nein. Ah, hier haben wir Früchte. Können wir auch eigentlich direkt hier... Och, Mann, ey. Uh. Hi, Philipp. Philipp, so ein Zufall. Bist du auch zum Überlebens-Training hier auf dieser Insel? Nee, Philipp. Aber ich glaube, ich hatte mir fast überlegt, dich zu nehmen, weil du irgendwie cool aussiehst. So ein Ninja. Aber ich will dich nicht. Deswegen esse ich jetzt hier eine Kirsche. Eine Kirsche. Essen. Jam, 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 jam. Och, lecker, lecker. Ausrüsten. Und weg damit. Oh, ne? Da war Geld. Lol. Daran kann ich mich ja gar nicht erinnern. Ich dachte hier auf der Insel wäre jetzt das Geld. Aber nee. Nee, nee, nee. Okay, wir sammeln erstmal alles auf hier. Wann machst du mal wieder Livestreams? Wahrscheinlich erst so Ende des Jahres, wenn ich dann einen Computer habe. Hm. Genau. Oh. Das ist tatsächlich hier alles Geld. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Du, 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 du. Folgst du den ersten drei Likern? Nein. Sorry, Leute. Sorry, Leute. Vielleicht auch Instagram. Auf Instagram kann ich euch alle folgen, ja? Moritz Granger heiße ich da. Kann man dich essen? Ja, mach es doch. Aber nur, wenn du 18 bist. Oh, jetzt. Oh Gott, die Schaufel ist auch schon kaputt. Das heißt, ich muss gleich tatsächlich eine neue Schaufel kaufen. Das ist so ein Witz. Ein Witz. Wie findest du Naruto? Ich finde Naruto mega geil. Macht mir auch immer wieder richtig viel Spaß, den zu schauen. Habt ihr jetzt auch letztens erst wieder gesehen. Staffel 1 bis 10 auf Netflix. Ich weiß, ich weiß, auf TVNOW gibt es die Naruto-Staffeln auch. Und da gab es sie schon vorher. Ja, deswegen ist das eigentlich nichts Besonderes von Netflix, dass sie jetzt Naruto haben. Aber es ist trotzdem schön, Naruto ohne Werbung zu schauen. Deswegen schaue ich es aktuell auf Netflix. Genau. So. Sonst, Naruto ist echt ein schöner Anime. Und Naruto Shippuden ist, glaube ich, für mich... Äh, also auf jeden Fall unter den Top 4... Ne, unter den Top 5 Animes, glaube ich. Platz 1 ist für mich immer noch Detektiv Conan. Platz 2 hat aktuell tatsächlich, ähm, Violet Evergarden. Finde ich mega geil. Ähm, Platz 3, Lille Witch Academia. Ähm, 4, Magi. The Labyrinth of Magic. Mega geiler Anime. Und dann würde ich sagen, kommt Naruto. Falls ich jetzt irgendwas vergessen haben sollte, dann tut es mir wirklich leid für die Anime-Serie. Aber ich glaube, das sind so meine 5 Lieblings-Animes momentan. Oh, Jeanne, die Kamikaze, die bin... Na, da würde ich doch sagen, dass sie, glaube ich, auf Platz 6 ist. Die waren ja nicht, glaube ich, früher auf Platz 3. Dann kam Magi. Wann? Und dann wurde sie immer weiter nach hinten gerutscht. Magst du mich? Keine Ahnung, ich kenne dich nicht. Sorry. Los geht's. Bist du demnächst auf irgendwelche Festival-Konzerte? Wenn ja, auf welchen? Ähm, nein. Wegen Corona. Du, was hast du für ein Headset? Auch wenn das bestimmt schon oft gefragt wurde. Äh, ich hab irgendein Headset, aber das steht jetzt schon immer in einer neuen Wohnung. Ich zieh ja um. In eine ganz, ganz große Wohnung. Ähm. Äh, ja. Ich benutze aber das Headset nie. Es ist, glaube ich, von Rocket. Hat, glaube ich, irgendwas 130, glaube ich, gekostet im Saturn. Kann ich mich nämlich noch sehr, sehr genau erinnern, weil der wollte meine Karte nicht nehmen. Dann musste ich erstmal zur Sparkasse dort laufen, ja, und dann Geld abheben, damit ich dann das kaufen konnte. Das war richtig peinlich. Also, mir war es wirklich peinlich. Äh, ja. Hast du deinen Baller selbst gemacht? Ja, ich hab mich so ein bisschen an Sword Art Online orientiert, an Kirito. So weiß-schwarz mäßig. Fand ich das schon ganz cool. Genau. So. Und Bär. Oh. Mann. Wir haben leider echt aktuell sehr, sehr Pech mit den Bewohnern. Aber vielleicht kriegen wir ja doch noch einen. Welchen Gegenstand hast du zuletzt selbst gebastelt oder hergestellt? Gebastelt. Oh, ich war ja damals ein Jahr im Kindergarten Papierflugzeug. Fällt mir da ein. Eine Laterne. Ich glaub, das waren so meine letzten Bastelkönchen. Ah, ich hab mal einen Schreibtisch aufgebaut. Zählt das auch als Bastel? Oder hergestellt? Vielleicht auch Kuchen oder sowas. Oder Bratkartoffeln hab ich hergestellt. Genau. Das könnte natürlich auch zählen. Ja, ja. Dann hab ich ganz schön viel hergestellt. Wirklich. Wirklich. Super. Klein ist die Welt. Und groß bin ich, Leute. Ja, auf geht's. Fandest du die Zeit früher nicht auch besser als jetzt? Ah, ich... Von den Minecraft-Servern her, weil dahinter steht in Klammern Gomme Hive und so. Ich würd' sagen, ja. Weil die Survivalzeit war halt mega cool. Und Hive war damals auch noch richtig cool mit Survivalgames und sowas. Komm, AD war damals... Hab ich sehr, sehr gerne Conquest gespielt, aber es wird ja dann irgendwann entfernt. Fand ich richtig traurig. Da war ich zumindest richtig traurig. Wirklich. Wirklich, wirklich. Okay, die wollen wir auch nicht haben. So, gehen wir wieder zurück. Bist du blöd oder schlau? Ich bin dumm. So, wo bist du gerade? In meinem Bett. Fährst du dieses Jahr in den Urlaub? Ich glaub nicht. Was hältst du normalerweise in der Hand? Und die Maus. Bett auf Englisch bedeutet Bett auf Deutsch. Hast du schon mal mit jemandem geschlafen? Ja, das hab' ich. Ich möchte fliegen. Ich muss mich mal eben hier konzentrieren. Mein Ticket. So. Gut, jetzt kann ich wieder Spammy machen. Kennst du Hasefeld? Ne, kenn ich nicht. Wie nennen dich deine Freunde? Nennen sie dich Johannes? Wie du Johannes? Ich heiße Moritz, hallo? Mein Account heißt hier Moritz Granger? Hallo? Mo kommt ganz oft. Mori kommt nie. Und Moritz. Also Mo und Moritz kommen eigentlich immer voll. Genau. Hast du einen Arm? Ne, zwei. Hahaha. Erzähl mir eine große Geschichte aus deiner Kindheit. Oh, das kann ich natürlich gerne machen. Ähm, okay. Da war ein Mädchen mit mir in der Wohnung. Und ich hatte damals zwei Katzen. Und eine Katze war bei uns. Und die andere hat dann die Klospülung aktiviert. Wer ist das? Ah, das ist dieses Robo-Ding. Die Klospülung aktiviert, ja. Und wir dachten uns, hey, was? Oh mein Gott, wir hatten richtig Angst und so. Und dann haben wir die Mutter von ihr geholt, weil die wohnte unter uns. Und die hat sich dann alles angeschaut. Wir hatten Angst, dass da irgendwie ein Einbrecher war und sowas. Richtig Panik geschoben. War sehr, sehr lustig. War wirklich lustig. Ja. Hm, 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 hm. Wie groß bist du? Ich bin, glaube ich, 1,80 Meter tatsächlich. Genau. Ich muss irgendwie husten. Ich glaube, ich trinke mal eben was, ja. Oh, wir sind gleich schon bei einer Stunde. Oh, nee. Ich habe hier überhaupt kein Trinken mehr stehen. Okay, dann nicht, Leute. Dann nicht. Ah, schade, schade. Heißer Tee oder kalter Tee? Warmer Tee. Heiß kann ich nicht trinken, ist mir zu heiß. Und kalt ist mir, ist ein bisschen eklig tatsächlich, würde ich sagen. Bisschen eklig. Lieblingsfarbe? Ist, glaube ich, aktuell lila. Früher war es ultramarinenblau, aber jetzt ist es, glaube ich, dunkellila. Liebt dein Handy eigentlich noch, ja? Wie alt bist du? Beantworte ich nicht. Was ist dein Lieblingsspiel außer Minecraft? Aktuell Animal Crossing, Dead by Daylight. Spiele ich momentan wieder. Und das war's, glaube ich, auch. Welches Mikro benutzt du zum Aufnehmen? Rode NT1A, glaube ich. Oh, ach nee, das... Was ist das denn da? Ach, das ist Unkraut. Ist ja gerade richtig... Oh Gott, ein Affe. Affe will ich auch nicht haben. Oh, das ist ein Fossil, das hole ich aber. Das hol ich mir. Komm her, Fossil. Was ist das Teuerste, das du je kaputt gemacht hast? Oh. Ich glaube, einen DS habe ich mal kaputt gemacht. Als ich die Treppe runtergelaufen bin, ist er aus meiner Tasche gefallen und dann gegen die Wand geschleudert. Dann war der kaputti. Aber der wurde wieder repariert für 30 Euro, habe ich nur mein Glück gehabt. Welche Augenfarbe hast du? Blau. Was? Hast du mal am 25 Meter langsam fahren teilgenommen? Äh, nee. Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine nicht. Tut mir leid. Ich glaube nicht. Ach, meine Zähigkeit benutzen. Ach. Sag deinem fetten kleinen Bruder, dass er mir morgens ein Pausengeld geben soll. Ich habe keinen Bruder. Tut mir leid. Es tut mir echt leid. Du bist aber nicht Gott. Nee, ich bin König. Ich weiß. Mann, 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 Mann. Dein Lieblingsmiley? Hab keinen. Ich mag Smiley's nicht so besonders. Was geht ab? Nichts. Ich nehme Animal Crossing auf. Ich glaube, ich muss mir echt mal kurz was zu trinken holen. Tut mir leid. Ich habe einen kleinen Bruder. Erstmal wieder zudecken, ne? Ist nämlich kalt. Kälter als sonst. So, wen haben wir hier? Oh Gott, dafür muss ich ja ganz nach oben. Wie nervig. Ist das nicht die Spinninsel? Ja, ist es tatsächlich. Ne, ist es nicht. Jetzt labere ich da. Was labere ich da? Ja, ich kann es euch nicht sagen. Hörst du eigentlich die Musik im Hintergrund? Die Animal Crossing Musik höre ich. Ja. Würde ich sagen. So, dann gehen wir wieder zurück. Was machst du so spät? Hast du eine Schule? Äh, Uni findet bei mir zu Hause statt. Früher musste ich immer Montag und Freitag noch zur Schule. Zur Anwesenheitskontrolle. Ja, nicht, dass ich irgendwie im Urlaub bin und da dann die Livestreams herfolge. Ähm. Und jetzt in Corona darf ich auch am Montag und Freitag zu Hause bleiben. Und kann von hier aus die Livestreams schauen. Ist das nicht schön? Das ist doch toll, oder? Die Livestreams sind meistens so von 10 bis bis 14 Uhr circa. Also meistens immer so 3 bis 4 Stunden. Ähm. Und meistens schaue ich sie mir dann abends an. Genau. Meistens. Ah, meistens ist es eigentlich tatsächlich gelogen. Ich nehme meistens Animal Crossing auf. Lade es hoch. Und währenddessen schaue ich dann schon mal, ähm, ein bisschen leicht. Meistens so eine Stunde circa, schaue ich dann. Dann lese ich erst mal ein Buch. Für 20 Minuten. Und ja, abends dann den Rest meistens. Genau. Genau, genau. Magst du Bratwurst? Ja, ich liebe Bratwürstin. Aber manchmal, ne, wenn ich eine Bratwurst zu viel esse, dann merke ich das auch direkt am Geschmack der Bratwurst. Das irgendwie, ja, schmeckt mir das jetzt nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wieso. Also, was machst du mehr, Bratwurst oder Züge? Oh, ich wollte, ich möchte ja irgendwann mal so eine Zugreise machen, ja. Aber die sind so schweineteuer. Teurer als irgendwelche Schiffsfahrten oder sowas. Das finde ich richtig, richtig seltsam. Oh, da haben wir ein Eichhörnchen. Ich habe zwei Eichhörnchen auf meiner Liste stehen und ich glaube, du bist nicht drauf. Knuspy. Schade. Ich habe zwei auf meiner Liste, aber du bist leider nicht drauf. Kannst du mir nochmal dein... Nee, tut mir leid. Dich möchte ich nicht haben. Es tut mir echt leid. Ich hoffe, es kommt noch eine andere Knuspy vorbei. Ja, auf jeden Fall, ne. Eine Zugreise wollte ich immer schon mal machen. Aber die kostet echt Schweinegeld. Wirklich. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass es so viel kostet. Irgendwie eine Woche, 2700 Euro oder so. Oder 5000. Irgendwie sowas. Und das fand ich echt... Wow. Wow, wow, wow. Das fand ich schon ein bisschen happig. Das fand ich tatsächlich von der Bahn. Wirklich. Da würde ich lieber mit meinem Schiff wieder weiterfahren. Und das werde ich auch irgendwann nochmal machen. Und das sage ich euch aber. Auf geht's. Aber erstmal möchte ich nochmal ganz gerne auf die Malediven. Vielleicht da mit dem Schiff herumfahren. Das wäre mega geil. Komm, 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 komm. Hier. Viel Glück. Ja, danke. Kannst du mal eine Roomtour machen? Nee, danke. Ich meine, ich kann euch später die leere Wohnung zeigen. Aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Oh, die Geldinsel ist wieder da. Und irgendein Schwein. Oder? Ich glaube, das ist ein Schwein. Ja, ist es. Oh, ich hab auch, Mann. Egal, ich hab genug Geld, Leute. Ich hab echt genug Geld. Ich muss, ich brauch das Geld da nicht. Wirklich nicht. Ich hab wirklich genug Geld. Wirklich. Ich brauch das Geld nicht. Du, 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 du. Magst du deinen Namen? Nee, ich mag meinen Namen nicht. Ich werde meinem Kind auch keinen deutschen Namen geben. Also, ich würde dann sagen, okay, Schatz, du darfst dir einen Namen aussuchen. Und ich suche mir aber auch einen Namen aus, ja? Für das nächste Kind, ja? Damit das fair ist, ja? Weil ich möchte gerne auch einen Namen vergeben. Ja. Ich will endlich einen Conan in meiner Familie haben. Guck mal, Conan heißt keiner, ja? In Deutschland, ja? Also, das wäre... Oh, nein. Jetzt habe ich jemanden besuchen gekriegt. Och, nee. Verstanden. Na, dann lass dich mal wieder blicken. Ja, ja, ja. Hier, hey, da bist du ja wieder. Ich möchte fliegen. Mein Ticket, danke. Wann hast du Ferien? Ich habe immer Ferien geführt. Du, 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 du. Mit wem hast du zuletzt auf WhatsApp geschrieben? Mit meiner Gang. So. Ich habe dir Geld überwiesen. Äh, aha. Interessant. Sehr interessant. Alter, wie viele Fragen sind das hier eigentlich noch? Der Link müsste aktuell stürmen. Wer auch immer das gefragt hat. Oh, schon wieder eine Bambusinsel. Es sollen ja auch Inseln geben mit seltenen, äh, Pflanzen. Oh, du bist ja niedlich. Du bist echt niedlich. Conny. Conny. Nee, dich will ich aber auch nicht haben. Sorry, Conny. Schnell wieder weg. Also, ich glaube, wir haben echt bisschen Pech. Spiel mal Outlast. Ich habe das mal mit Freunden gespielt. Das ist gar nicht so krass. Ähm. Das Problem ist, Philipp, Outlast, habe ich schon bei diversen YouTubern gesehen. Deshalb würde ich die Spannung rausnehmen, ja. Und das ist nicht so, weil ich Angst habe vor Horrorspielen. Ich spiele auch sehr, sehr viel Dead by Dead. Daran liegt es nämlich gar nicht, ja. Ich liebe Jumpscares und sowas, ja. Ja. Ja, ich liebe sie. Gibt es irgendjemanden, den du überhaupt nicht ausstehen kannst? Ja, alle Typen, die dann die Frau kriegen, die ich haben will. Genau. Genau das. Bist du dieses Jahr Gamescom? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dieses Jahr schaffe ich es zeitlich nicht. Wegen Corona wird es wahrscheinlich eher abgesagt, also... Wie verbringst du den größten Teil deiner Freizeit mit Games und Zocken und Lernen momentan? Aber sonst, ja. Und mit Spülen. Ach, weil ich koche aktuell jeden Tag sehr, sehr frisch. Also wirklich frisch. Ach, schon wieder eine Ente. Ach, Mann, ey. Wie viele Malentickets haben wir denn noch? 17. Okay. Es waren schon 20 Nieten dabei. Ich fasse es nicht. Schisser. Ja, nur weil ich keine Horrorspiele mag. Hallo? Ah, Dead by Daylight. Ich meinte, ich mag... Ja. Habe ich vergessen. Ich mag Horrorspiele. Ich spiele auch sehr, sehr gerne Dead by Daylight, Leute. Da hat man immer panische Angst. Also, bei Dead by Daylight schreie ich echt manchmal, wenn der Killer dann wirklich auf einmal hinter mir steht, ja, ohne Herzschlag oder so. Das ist schon beängstigend. Wirklich. Ja. Beantwortest du alle Fragen? Ach, ich würde sagen, viele, aber nur Vernünftige oder die, die mich nerven. Genau. Du bist mega arrogant. Oh, echt? Na, danke. Viel ist in Ordnung. Ich persönlich mag eh arrogante Menschen. Äh, du-du-du-du-du-du-s. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, später oder morgen. Na, alles verschieben. Du-du-du-du-du-du-s. Komm, flieg mal hier weiter, ey. Was ist 18 und garantiert nicht selbst erlebt? Also, weiß ich nicht. Ich bin's auf jeden Fall nicht, weil ich bin nicht 18. Aber netter Versuch, ja? Steht der Name dabei? Warte? Ne, steht nicht dabei. Schade. Schade, schade. Oh. Oh, ich dachte gerade, die hätte da einen Schirm. Guck mal. Von hier sieht's aus, als ob die einen Schirm irgendwie hätte. Obwohl's dir nicht regnet. Okay, schnell wieder weg. Karamelecreme war nicht gut. Oh, wer magst du lieber, deine Mom oder Bushido? Oh, meine Mom. Wann war das letzte Mal, dass du etwas ganz Neues ausprobiert hast? Ganz Neues ausprobiert hast. ich ja doch 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 ich war vor corona während corona vielleicht anfang märz ja als die friseure noch offen hatten war ich dort und habe dann gesagt ich will diesen haarschnitt haben dann habe ich warte was habe ich gesagt high fade undercut habe ich gesagt und dann habe ich den bekommen weil vorher hatte ich immer angst irgendwie sowas zu sagen ja und ich habe meistens immer nur gesagt ja seiten kurz oben länger lassen das habe ich sonst gesagt und damals habe ich dann das erst mal das dann ausprobiert wie findest du death note der death note ist auch ein super anime habe ich glaube ich das erst mal mit acht jahren gesehen fand ich mega geil viel viel besser als elf mit dem den anime habe ich mit sechs gesehen als die köpfe dann irgendwie so ab waren von den ganzen menschen und das war glaube ich zu viel für mich als ich sechs war ja auf jeden fall aber death note hat mir sehr sehr gefallen ja da ist corona das corona auch gott da muss ich aber schnell weg muss ich schnell schnell weg wer oder was ist toller hier gibt es irgendwelche antwortmöglichkeiten ich habe keine ahnung vielleicht wer wer oder was ich möchte fliegen also ich bin ein bisschen traurig über die bewohner die wir gerade bekommen haben ja weil die stehen alle nicht auf meiner tollen liste ich meine es gibt über 300 und wir haben 37 tickets hier ja das heißt ein von zehn müsse ja dabei sein oder da habe ich richtig gerechnet ja doch ich würde ja ich würde sagen einer von zehn müsste dabei sein ich bin ein junger und ich bin verliebt und ding oh das ist normal mich lieben viele jungs ich liebe dich brüderlich ja brüderlich guck mal ich hoffe ich konnte dir helfen wenn dir jeder deine abonnenten zwei euro schuldet wie viel geld willst du bekommen 300 noch was danke ihr könnt jetzt alle spenden danke danke wir sind alle sehr sehr belastend kacke fußballfragen ich habe vielleicht drei spiele gesehen ja also drei spiele aktiv gesehen mehr aber auch nicht ich glaube ich muss gleich nochmal was trinken soll ich dir das foto über twitter senden was was für ein foto wer ist die person die du als nächstes küssen wirst auf jeden fall einmal ein privater name und einmal emma watson also ich werde nicht abgeneigt emma ich weiß du als aktuellen freund aber vielleicht vielleicht läuft das nicht so toll aber ich wünsche trotzdem all das glück auf der welt ja dass du mit ihm glücklich wirst glücklicher als mit mir man 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 warum bist du merkwürdig normal ist langweilig und ich finde ich finde normale leute völlig in ordnung leute ja bleibt so wie ihr seid maximal über deine träume reden machen müsste ja dann müsste ich alle videos auf 18 stellen also viele weil meine träume sind manchmal echt sehr sehr speziell seltsam und wirklich seltsam sollte auch mal wieder anfangen die alle aufzuschreiben weil die sind eigentlich teilweise wirklich cool und dann veröffentliche ich dann veröffentliche ich irgendwann das buch dafür darüber und dann wird es verfilmt und ich muss mal was trinken haben wir jetzt den guten bewohner was sagt ihr ich sag nein ich sage nein hier weiter links ne irgendein bär den will ich nicht haben ich habe schon bär weiter geht's weiter geht's wie findest du zum b zum b richtig cool so heißt nicht du ich meine das wetter wow danke man hat so geburtstag siebter vierte oh sorry sorry leute der musste raus ja entweder husten oder ein rülpser da habe ich mich dann für den rülpser entschieden sorry sorry was würdest du tun wenn du kein pc hast aber ein handy mit dem handy serien schauen ist das eine legitime antwort ich glaube schon ich überlege gerade wann gab es das erste mal netflix gibt es das schon fünf jahre oder kam es erst so zirka vier hat es gibt vier staffeln über der das heißt vier jahre müsste schon netflix geben ich bin nämlich noch nicht so lange bei netflix dabei tatsächlich ich glaube tatsächlich erst so vier jahre ungefähr das ist eine gute frage tatsächlich die fragen machen mich fertig leute darf ich dir ein intro machen ich bin gegen intros sorry du kannst mir natürlich geld anbieten ja dass du ein intro machen darf das geld bekomme ich und dann würde ich es tatsächlich auch ausstrahlen wenn du willst nur wenn du willst ja so ich hoffe ich konnte helfen oh ne katze tschüss ah man ich bekomme nicht meine bewohner vorhin hat das richtig lange gedauert diese ganzen meintickets da zu kriegen ey kein wunders die leute meintickets kaufen ich kaufe eher die amiibo karten ja und dann habe ich die so die bewohnung die ich will man 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 das hier wieder nervig mich fliegen mein ticket danke wie heißt ein intro song ich habe kein intro sorry gehst du zum pfingstmarkt nein hier sind nur noch blöde fragen leute gehen wir hier kurz gucken ich habe 718 fragen beantwortet tatsächlich oh mein gott es kam mir gar nicht soviel vor wirklich nicht also ich werde einfach mal ganz ganz runter scrollen und dann vielleicht die ersten fragen dann beantworten das finde ich mega cool die schon mal beantwortet haben vielleicht hat sich paar sachen geändert finde ich ganz lustig kann natürlich bis ohne ich will ich will noch nicht zurück ich will noch nicht zurück habt ihr bewohner mir noch nicht angeschaut oh warte da war eine frage wie groß ich bin ich will sehen was ich damals soll vor zwei jahren habe ich erst noch benutzt das kann doch nicht wahr sein oder das glaube ich nicht dass ich vor zwei jahren erst noch benutzt habe ich dachte das wäre schon mindestens 45 jahre her was bist du denn bist ein hund ne ja aber nicht mein hund nicht mein hund für die insel oh gott hier sind richtige quinch fragen dabei da war auch irgendwie ein bild mal schauen oh jetzt bin ich schon vor fünf jahren vor fünf jahren hatte ich schon hier ask sehr sehr interessant wirklich immer noch fünf jahre immer noch scrolle weiter runter bis ich es geschafft habe bis ich es geschafft habe ich glaube ich komme hier langsam zum ende so für die unterlagen wohnen willst du für mal ein ticket benutzen was war dein letzter kinofilm ich glaube vor aus dem 2 und davor war es glaube ich spider man ja auf geht's okay in welchem alter hast du deinen ersten computer bekommen zwölf habe ich geantwortet ne ich glaube das gelogen 12 ist gelogen ich hatte schon davor ein computer da müsste ich ungefähr 8 gewesen 8 9 da war ich auf der grundschule hatte ich schon meinen eigenen computer 8 9 ca 12 ist komplett gelogen du bist so aktiv sagen wir so bin einfach zu faul so viel zu tippen okay wohnst du in dortmund nein ne wohne ich nicht in dies der florida merkt es euch früher habe ich auch nicht in dortmund gewohnt man mann 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 haben hier ein känguru natürlich sehr cool aber das hat überhaupt kein baby damit sich herum tut hast du schon die askfm app für das iphone ja jetzt ja früher vor fünf jahren nicht welche sind die bequemste schuhe Oh, ich habe richtig schöne, bequeme Schuhe. Von Adidas, aber die haben diese komischen, wie Stereopor-Sohlen aussehen, ja. Die habe ich, die sind richtig schön bequem. Wie definierst du, okay. Oh Gott. Bist du verliebt? Ja, klar, in Chrissys Mutter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wann hast du das letzte Mal getanzt? Getanzt, also privat. Öfters, früher so in so einen Clubs. Da mit 5, glaube ich. Ja, mit 5, also in so einen Tanzclub. Dings. Mit 5. Ich möchte mein Ticket nutzen. Oh mein Gott. Wo wirst du in 5 Jahren leben? Norwegen, Schweiz, Österreich, Irland oder Deutschland? Ja, guck mal, da habe ich ja recht gehabt. Ich lebe tatsächlich aktuell in Deutschland. Boah, super. Super, super. Super, super. Oh Gott, krass. Oh Gott, was... Oh, nee. Was ist das gefährlichste Tier? Natürlich der Mensch selbst. Ich träumfe von gar nichts mehr. Oh, ich kann... Ich glaube, das reicht mit Fragen, oder? Welches Parfüm trägst du heute? Ich trage heute... Ähm... Nick Jonas... Ähm... Gott, wie heißt das denn? Irgendwie sowas. Irgendwas von Nick Jonas. Der hat sein neues Parfüm, was er rausgebracht hat. Das trage ich aktuell. Sonst trage ich eigentlich immer... Ives, Ives oder so. Soundleloven oder so. Kack. Das ist richtig geil. Aber es ist leider leer. Da habe ich noch nichts Neues bestellt. Aber es ist mega geil. Also es ist so ein bisschen verführerisch. Riecht einfach geil. Riecht wirklich nach Geilheit. Wirklich. Ähm... Du, 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 du. Was isst du normalerweise zum Frühstück? Frühstück fällt bei mir meistens aus. Weil Mittag haue ich dafür dann umso mehr rein. Ja. Mhm. Oh, ich kann meine Hand nicht mehr so halten, Leute. Oh, eine Stunde und 27 Minuten sind wir jetzt schon hier. So, ich habe euch jetzt, glaube ich, Fragen lasse ich jetzt erstmal. Okay? Wir haben, wir haben, glaube ich, heute genug Fragen hier beantwortet. Ey. Ja. Mann, 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 Mann. So, ich möchte fliegen. Wir haben auch nicht mehr viele Tickets. Mein Ticket. Wir haben leider Pech mit den Bewohnern, die da drauf kommen. Aber die Chance ist ja auch sehr, sehr gering, tatsächlich. 1 zu... 1 zu 10? 1 zu 10 ist gar nicht so gering, oder? Ah, nee, warte. 10 von 300 noch was, muss ich ja nehmen. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Das ist ja die Chance, ja. Wie gesagt. Ach, nee, 73 waren ja nur die Meilen-Tickets. Stimmt. Stimmt. Och, Gott, ey. Ja, ich lese gerade was auf WhatsApp, ja. Und... Dazu sage ich lieber nichts. Och, Gott, ey. Och, Leute, ey. Gebt mir doch einen guten Bewohner, bitte. 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 Oh, oh, oh. Oh, hallo, hallo. Ich möchte fliegen. Äh, mein Ticket. Meint ihr, gestern hatten wir ja einen Camperbewohner da, ne? Meint ihr, ich kann heute die Zeit um einen Tag zurückstellen und dann ist der Campingbewohner wieder da? Meint ihr, das klappt? Aber vielleicht habe ich dadurch mehr Glück. Ich weiß, das ist ja Schieterei, aber... Bevor ich morgen irgendwie ein Random da bekomme... Wäre das auch eine Überlegung wert, Leute, ja? Könnt ihr mal abstimmen hier oben, ja? Ob das in Ordnung ist. Wenn Gleichstand ist, dann mache ich es, okay? Oh, Gott. Schnell weiter. Die darf uns nicht sehen, die Maus. Fliegen wir zurück, bitte. Ja. Los geht's. Ja, ja, ja. Ich schlaf ja auch gleich ein. Wie viel haben wir? 12 Uhr 18. Wann haben wir angefangen? 10 Uhr 23 oder so, ne? Ich möchte fliegen. Mein Ticket. Muss man gleich mal gucken, wie viel mein Ticket ich hier überhaupt noch hab. Auf geht's. Auf geht's. Egal. Aber so... Noch mal schauen. Aha. Ich fahre mal ein bisschen auf Discord. Nachbarschau. Du-du-du-du-du-du-du. sehr gut in englisch okay okay gibt es noch mehr irgendwo guckt gerade auch paar discord-servern ob jemand vielleicht irgendwelche bewohner los werden will das ist mir zu viel zum lesen das ist mir zu viel zum lesen leute auch schon wieder ein bär ich habe ich noch fünf mein gott ich habe nur fünf stück gefühlt habe ich einfach dann 37 mal 2 wären circa 70.000 ja 70.000 dieser dinger hier verschwendet 70.000 malen habe ich verschwendet für ein bewohner den ich dann am ende nicht habe oder was ja geil ist mir fliegen das ist ja hier belastend leute bewohner handen was ich nicht lache auf geht's ja auf geht's so wie leute ich war ein bisschen müde oder ich bin sogar noch ein bisschen müde weil das sie so müde ich mache ja so wie ich habe halt genau vorstellungen welche wohner ich haben möchte und welche nicht ich kann euch sagen also in meiner stadt kommt auf jeden fall ein eichhörnchen ein hase ein pferd ein pinguin das habe ich ja schon verraten wie ich ganz gerne dann ein reh erde haben wir schon misuse haben auch schon und ein mit ein ziegenbock dings genau und damit ist nicht parmela gemeint die weg loswerden die will ich nicht ich will eine andere oder einen anderen genau das sind so meine bewohner die ich ganz gerne hätte und ja sonst hätte ich noch als katze aber wir haben ja eigentlich mischka hätte ich wenn ich mich gar nicht schon hätte ja hätte ich gerne kleopratar gehabt also kleo die katze die sah ganz cool aus ist auch ganz schön cool ich muss niesen gesundheit danke 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 leute vielleicht gibt es ja auch so ein leiding oder hat ein pferd das will ich aber nicht obwohl das auch cool ist oder man aber ich hätte ganz gerne also ich kann es ja sagen ja zara ja die die hatte ich schon in white world in new leaf die hatte ich überall und deswegen fehlt mir die hier ein bisschen der hatte nämlich coole royal möbel mit etwas glück schenkt ihr uns dann auch royal sachen wisst ihr sie war schon lieber war halt ein zebra war schon cool mit der immer abzuhängen so werden wir drei versuche mit fliegen alle guten dinge sind drei mein ticket ich meine wir haben jetzt auch nicht allzu schlechte bewohner bekommen ja das kann ich ja sagen mir fällt nur grad niemand ein der cool aussah hier diese komische robo ente da dieser cool aus aber die will ich halt nicht in meinem stadt das passt nicht so denn ich habe ja diesen feenwald geplant da sollen halt dann wirklich so lebewesen leben also lebewesen leben also tiere leben die im weit leben zum beispiel rehe eichhörnchen hasen sowas halt hier ist dieser komische ritter typ den will ich auch nicht und in der stadt sondern halt diese ganzen stadt sachen wie mischka die katze oder edda das hausschwein na sowas halt dort sollen die leben wie sucht wird dann auch bei dem fehlen leben das habe ich so ein bisschen geplant genau weiter geht's unser vorletztes ticket leute unser vorletztes ticket raste aus mein ticket auf geht's ich hoffe die stempeljagd beim museum gibt uns noch mal ordentlich tickets das wäre nice nice die nice guten flug und vielleicht wenn ich auf auf nach hinten stellen könnte ich vielleicht den hund doch auf die insel holen das ist ja auch cool aber der war doch ganz schön cool ich will langsam dass ich ihn nicht ohne kuh oh gott ne kuh da mache ich aber ganz schnell muh ja tschüss fliegen wir zurück danke los geht's aber man könnte auch probieren ob das klappt dass man wenn man schon sieht dann direkt abbricht vielleicht hat man erst mal ein ticket noch aber ich glaube nicht oder vielleicht gibt es auch tricks irgendwie bewohner zu kriegen wohl habe ich ja eigentlich alle gelesen ne eigentlich schon möchte fliegen ich weiß ich weiß mein ticket nutzen auf geht's dann los ab in die luft mit dir da wenn man oder ich bin jetzt lieber gott bücher bitte bitte die für uns einen bewohner den ich auch gern haben möchte armen ich akzeptiere jeden der jetzt kommt ohne schöne insel Die schöne Insel Ach, das sieht leise wie immer Och Och, ne Ne, ne Den will ich nicht, den will ich nicht Dann muss ich auf den Random vielleicht hoffen Der morgen dann kommt Oh, nein, Mann Nur Kacke Nur Kacke, nur Kacke Schade Schade, schade Schokolade Gucke gerade hier nochmal Bei der Animal Crossing Gruppe Ob hier Was Neues ist Och, die suchen alle Misusu Ne, ne, die gebe ich nicht ab Tut mir echt leid Ach, Thomas wäre cool gewesen Der wäre gestern ausgezogen Aber leider, ne Ah, Leute, Leute Ein trauriger Tag, oder? Ich würde sagen, wir kaufen jetzt nochmal drei Tickets Oder so viele wie wir können Und dann probieren wir jetzt nochmal Weil jetzt haben wir noch die Gelegenheit Warte, Milch Geh Jetzt haben wir noch die Gelegenheit Ne, ne, ne Meinen habe ich auch nichts bekommen Ja gut, drei Stück können wir uns noch holen Drei Stück Ach Gott, ey Ach, ich bin noch ein bisschen fertig Also Die zwei Stunden jetzt hier durchgehend labern Das war schon heftig, Leute Das ist ein bisschen heftig Auch für mich Ach, da freue ich mich gleich erstmal über ein bisschen Ruhe Tatsächlich Ich glaube, es macht gleich Bratkartoffeln oder so Ach, ich müsste Schnitzel machen Ach, ich mache Schnitzel mit Bratkartoffeln Ja Oder vielleicht mit Pommes Vielleicht so Hm Da die Eier ja weg müssen Ich habe nämlich gestern doch keinen Pfannkuchen gemacht Hm, 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 hm Okay, das war's mit dem Geld Ne, danke Abbrechen Vielen Dank Ach, wir haben einen bekommen Jetzt bin ich gespannt Wenn wir jetzt nochmal 2000 bekommen Komm, dann gehe ich nochmal rein Zeig mal her Ne, bekommen wir leider nicht Okay, nur 400 Ach Steht die Bank da eigentlich die ganze Zeit schon Oder erst als er sich Ne Bank dahin gezaubert hat Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß auch nicht Ob ich jemals alle Bewohner hier zusammen kriegen werde Die ich gerne haben möchte Aber einen würde ich mir schon ganz gern noch wünschen Wenn ich mir davon einen aussuchen könnte Dann wäre es Das Häschen, was ich gerne hätte Auf geht's Auf geht's Auf geht's Ab in die Luft mit dir Oh Gott, mein Handy Oh ne Dachte ich müsste es laden Ne, muss ich nicht Hab ich nochmal Glück gehabt Hab ich nochmal Glück gehabt Ich könnte so schlafen Ach komm, ich gehe zumindest hier noch die Steine nochmal ab Vielleicht habe ich doch nochmal Glück für ein Golderz oder so Ach, daneben Ach, daneben Schiss Ja, ja, ich bin aus Ja, bitte ich will los Ja, bitte ich will los Danke, danke Und tschüss Oh, ich möchte fliegen Mein Ticket Auf geht's Ja, ja, ja La Kieze, La Kieze Ich will Wischen La Kieze Ich bin coolen Bewohner Und ich sehe hier natürlich wieder Schon wieder diese Maus Ich raste aus Hässliche Maus, ey Geh bitte Geh weg Ach ne, das war Unkraut oder was Raste aus Ach ne, ich raste aus Ich raste aus Ich schau ab Ich schau ab Scheiß Maus Geh weg Geh weg Hallo Lass mich nach Hause Bitte, bitte schnell Als ob ich diese hässliche Maus hier zweimal bekomme Das ist doch Betrug Betrug, sag ich nur Mann, 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 Mann So, letzter Bewohner, Leute Letzter Bewohner Mal schauen, mal schauen Oder? Ja, letzter Bewohner Hallo Bekomme ich vielleicht ein Extra-Ticket, dass ich jetzt unendlich Da nach Bewohnern schauen kann Ja? Nein? Ach Mann, sie sind so egoistisch Ja, sie denken nur an sich selbst Ich hab auch kein Geld mehr Mann Hab ihnen so viel Geld geschenkt So viele Meilen Kann ich nicht mit Sternis Meilen kaufen? Hallo? Vielleicht ein Sterni für eine Meile Wär das nicht was? Nein? Zehn? Zehn? Zehn für eine Meile? Nein? Hundert für eine Meile Tausend für eine Meile Zehntausend Letztes Angebot für eine Meile Was? Wieso nicht? Und schön auf ein hässlicher Vogel Nicht mal ein Gold, er zum Abschluss Mann Mann Erstmal anspucken, ey Mann Mann, 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 Mann Okay Dann Gehen wir jetzt erstmal shoppen Frust shoppen nenne ich das Frust shoppen Ja Tschüss Ja Leute, Leute Jetzt gehen wir erstmal frust shoppen Und danach Kann ich schon mal Sagen, was wir am Morgen machen Oder übermorgen Ich weiß nicht Ich glaube, ich brauche für morgen erstmal eine Pause Sehen wir dann Auf jeden Fall Nächstes Mal Werden wir dann die Stadt hier komplett machen Ah Ne, ne, ne Ich nehme zurück Nicht komplett Weil ich weiß nicht, wie viel Arbeit das hier noch sein wird Denn Chihiro Das Haus ist jetzt da Ähm Hier Haben wir auch bald fertig Und dann freue ich mich Wenn wir irgendwann Hinten rechts Dings machen Und hier setze ich gleich nur das Haus hin Vielleicht machen wir das noch eben Ähm Bau Inseldesigner Bauarbeiten beginn Ah, ne Ne, als Näch Doch, doch, doch Wir machen, glaube ich, morgen erstmal die Stadt fertig Oder übermorgen Wir sehen es dann Und dann als nächstes den Fluss Und dann Ah, ne, ne Vielleicht erst die andere Meine Feen Mein Feenwald Vielleicht machen wir den als erstes Also als zweites dann Wenn wir die Stadt hier fertig haben Wenn wir die Stadt hier fertig haben Und dann machen wir den Fluss Und dann hinten links den Berg Den müssen wir nämlich, glaube ich, noch ein bisschen anpassen Aber das läuft schon alles, Leute Das läuft schon alles Ich bin optimistisch Denn hier Wird der Weg dann noch weitergehen Oder vielleicht Nee, eigentlich hätte ich den da gerne Die haben auch drei Okay, dann macht das eh nichts aus Okay, sehr gut Achso, ich wollte Kleidung shoppen Genau Dann lass mal reingehen Die Korne Oh mein Gott Die habe ich mir sowas von verdient Ich muss Geld holen Wenn wir schon dann bei Nook sind Dann können wir auch eben Äh, abreißen und Und, äh, das nächste Haus platzieren Mann, 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 Mann Warte, wie viele Häuser sind da unten? Eins, zwei, drei, vier Vier Sollten da auch nur vier hin, glaube ich, oder? Ich muss mal hier nochmal eine Karte anschauen Inseldesign Hier unten sind tatsächlich fünf Und rechts sind fünf Ah ja, stimmt Es gibt ja zehn Bewohler Stimmt, stimmt, stimmt Oh, falsches Bild So, stimmt Stimmt Habt nicht überzeugt So Gehen wir mal hier rein Holen uns Geld Zigarzt zwei Oh, richtig viel Geld brauchen wir Habe ich überhaupt so viel Platz? Ah, mit etwas Glück, ja Ne, ich glaub nicht Ne, warte mal eben Ich glaub, mit etwas Glück Hab ich nicht Platz Endlich die Krone, Leute Endlich Endlich, ey Endlich bin ich hier King of Nimmerland Erstmal ablegen Hier So Wir haben echt viele Gesammelt Tatsächlich Bin ich mal gespannt Ob da gleich was dabei ist Äh, ich bring mir eben Den Rest hier rein Oh, jetzt dauert die Aufnahme Wahrscheinlich doch noch Zwei Stunden Ähm So, Lager Wir haben jetzt wieder Viel, viel Eisen Ist sehr, sehr schön Steine haben wir auch ein paar Leben haben wir wieder Bisschen Auch wenn wir Leben Überhaupt nicht gebraucht hätten Aber ist in Ordnung So Boah, ich brauch echt Urlaub Glaub ich Ja Zwar keinen neuen Bewunder Aber dafür Dafür Nen Ding Siebums Ja Ach Ne Krone Oh, das ist schon Belohnung genug Leute Äh Noch Shopping Ach ne Das war Och man Ich bin heute schon wieder So ein bisschen Neben der Spur Aber das kann ich glaube ich auch sein Weil, ne Zwei Stunden Jetzt hier auf diesen Bildschirm starren, ne Oh, Auszahlung bitte Zwei Millionen bitte Danke Oh Gott Nee, danke Das reicht schon Oh Gott Ich hab gar nicht geguckt Welches Haus überhaupt Wieder hin platzieren Wir platzieren da Wer sollte da nochmal wohnen? Lukas wohnt das schon? Jesse kann da hin Edde Ist ja ein Schwein Aber das hätte ich ganz gerne bei mir tatsächlich Ich glaube, das kommt mit in den Wald Ich glaube, das kommt mit in den Wald Mischka ist schon da Emily Oscar Pamela Dann kommt Pamela jetzt da hin Weil die hat mich da ein bisschen gestört Aber tatsächlich Da am Eingang Da stört die mich irgendwie ein bisschen Habe ich schlecht Organisiert damals Ja Äh, Infrastruktur Position ändern Wohnhaus Pamela 50.000 ist in Ordnung Ich hab drei Nachrichten Oh Oh Die hab ich gar nicht gesehen Achso So, Twitter Bla, bla, bla Ihr macht das schon Äh, da, 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 da Ich weiß gerade selbst nicht, was ich hier singe Aber ist in Ordnung Ist in Ordnung Das deutsche Avengers Alles klar Mag ich niemanden von Sorry Hallo, hallo Willkommen bei der Bauberattung Ich will Infrastruktur Wir können über verschiedene Dinge Äh, Brückenaufgänge, bitte Ich Muss ich was noch abreißen? Ich glaube schon, ne? Guck mal eben Ja, das dahinten müssen wir Und das Zwei Sachen auf jeden Fall noch Das hier vielleicht nicht unbedingt Aber vielleicht auch doch Wir machen jetzt erstmal die Steintreppe da weg Ja, Abriss, Abriss, bitte Ich gucke gerade ein bisschen auf Twitter Ich glaube, das habe ich mir nach dem Tag heute auch verdient Ja, ich bin, ich bin echt kaputt Ich bin wirklich kaputt Oh Gott, da ist schon wieder was drin Schlafsack, woher kommen die mich mit? Ach, Gott Ich bin wirklich fertig, Leute Wirklich Ach, ne, Mischka Geht doch, nein Geh doch bitte jetzt nicht hierhin Sehr gut Geh bitte weiter Mal sehen Egal Okay Ist gut so Super Das heißt, alle Häuser stehen hier schon mal in der Stadt Das ist sehr, sehr schön Sehr, sehr gut So, dann gehen wir jetzt hier erstmal shoppen Dann können wir vielleicht noch unser Königsoutfit machen Oh, die Schuhe sind auch cool Den habe ich bestimmt noch nicht Oh, den finde ich Ich finde das auch cool Kunstleder Oh Rot Oh, lala Schokolade Okay, da ist die Krone Die kaufen wir uns auf jeden Fall Ach, Straßbölle Hübsche Schuhe Ja Zur Kasse gehen Ja, erstmal ja Ja, erstmal ja Und dann Was sind das denn hier für Schuhe? Die habe ich nicht gesehen Ja, ist gekauft Ist gekauft Kleine Und den Kimino, den kaufe ich auch Ja, ist in Ordnung Geht klar Sehr schön So Dann machen wir uns mal eben kurz ein königliches Outfit Und dann war es das tatsächlich mit dem Part, Leute Der Part hat noch ein Ende Ich fass es nicht Ich fass es nicht Fass es nicht Und ich habe auch langsam echt Hunger Wirklich Hunger Obwohl, ich habe gestern echt zu viel gegessen Ähm, da Wie ist der Schrank voll? Ach ne, ach, die habe ich so gekauft Stimmt Okay Ins Lager Ins Lager Das ist auch alles hier ins Lager Oh, Essensreste weg Oh, machen wir mal eben hier Dauergespamme So Super Dann Ins Lager Ins Lager Ins Lager Ins Lager Oh, ich liebe diesen Fischbeutel Super Du kannst auch noch ins Lager So Dann Wollen wir mal gucken Ja Ähm Wir fangen glaube ich erstmal mit der Krone an Das ist ja das Wichtigste Oh, guck mal Adelig Adelig Hui Oh, guck mal So ein Schimmelsleid Oh, das sieht echt cool aus Das Schimmelsleid Oh, ich bin ein Steinzeitkönig Jetzt bin ich ein Uh, lala Okay Das lassen wir auf jeden Fall nicht Gucken wir mal bei den Oberteilen Was vielleicht sogar am Königlichsten wäre Ein sehr, sehr moderner König Auf jeden Fall Ah, guck mal Den Königswarmsten Haben wir sogar Haben wir sogar Wir hätten auch die Samurai-Rüstung Ist auch cool Äh, da fällt mir auch ein Ich habe gestern gar nicht Die Dingsibums wieder gekauft Aber ist nicht schlimm Kettenhose Oh, die ist echt cool Ich glaube ich nehme die Lederhose So, was haben wir hier Irgendeine coole Brille Oder Monocke Ne, Monocke ist mir jetzt zu cool Hä, wo war denn meine Pilotenbrille Die ich anhatte Da Die hätte ich ganz gerne Socken natürlich Aber mit Straßen Ne, ja Und Schuhe Vielleicht so Narrenschuhe Die sind eigentlich ganz cool Passen nur nicht zum Outfit Die auch nicht Die auch nicht so wirklich Aber die Die finde ich halt immer mega cool Die sehen immer cool aus Ein Rucksack Ich glaube zu dir Würde tatsächlich so ein Reiserucksack Ganz gut passen Och Gott Eierrucksack Ne, ich nehme die Fischtasche Glaube ich Ja, ich nehme die Fischtasche So Perfekt Sehr stylisch Hier auf jeden Fall Wieder unterwegs Ja Leute Das war es dann mit diesem Part Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen Auch wenn wir jetzt keinen Traumbewohner haben Und Ich mache jetzt hier Schluss Und wir sehen uns dann Morgen wieder Bis dann Euer Kamito Haut rein und Ciao Ja Und Ich elected Ja Ich gebe das Einen Ich gehe das Ich gebe das 위ę Ich danke